das war's herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge so jetzt muss ich wieder mal meine stopp da läuft sie korrigieren weitere folge minecraft und wir sind immer noch in dem meter oder dann doch wieder nicht weil wir gehen immer wieder raus ihr schieser wir naja gut ich schüsse ich so sind wir durchs portal durch und die sache war die das war letztes mal am ende der letzten folge noch gesehen habe wenn es hier sich wieder aufbaut wir sind beim letzten mal da unten irgendwo durch aber man kann da oben vielleicht noch drüber das ist auch noch eine variante die ich jetzt noch nicht probiert habe deswegen will ich einfach mal sagen wir gehen jetzt hier von unserem startpunkt aus der auch schön markiert ist gehen wir einfach mal hier in diese richtung und probieren unser glück hier dann entsprechend wie gut zu machen ein magma schleim dachten wir uns gehen wir mal diesen weg aber diesen weg kannst du einfach mal knicken ich muss mich um diesen weg zu gehen da irgendwo schon wieder durch graben das ist das hatte ich auch gesagt die macht es nicht mehr lange die pickaxe ich könnte jetzt auch aufhören so großfläche hier abzugraben könnte ich mache ich aber nicht sie freuen sich das müssen wir warten dass das hier dies bohnt bis dahin auch die auch so immerhin ist lava relativ langsam das ist schon mal ganz gut so weg da dürfen wir also nicht so dichter vorbei hier das mag ich ja also entweder wir fliegen einfach nur runter wir machen das doch noch mal auf das ist jetzt das ist hier keine läure mehr drin reicht doch noch ein weiter weg so wir haben ja wieder so weg Okay, so machen wir das Ding hier auch mal als Weg. Können ja auch einfach mal hier so ein paar Blocke aus dem Ort setzen. Ja, ja, Gast. Gaste dich mal. Sei mal irgendwo zu Gast. Oh, fuck. Ja, definitiv eine Scheißidee. Ich hasse den Eter, habe ich jetzt schon mal erwähnt. Ja, lass mich ab. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum. Ich weiß jetzt nicht mal, wo der Gast genau ist, weil ich so ein Schüsser bin. So. Ist mir jetzt aber auch egal. Ich habe meinen Tunnel. Handgekräfteter Tunnel. So, damit ich ihn entdecke und wiederfinde, habe ich mir ein neues Feuerzeug gemacht, um... ...meinlicherweise... ...Tschuldigung. Ah, ich bräuchte auch eine Mutas wie andere. So, jetzt geht es hier erstmal weiter. So, gucken, dass wir hier nicht wieder in Lava stehen. Wasser, das ist echt merkwürdig, jetzt gerade alles. Den Gast höre ich auf jeden Fall immer noch. Ah, gleich mal eine Probebohrung machen, ob wir fast schon drüber sind. Magmaschleim höre ich auch, aber kann ich nicht genau lokalisieren. Lokalisieren. Ich bin schon wieder sehr weit weg vom Mikrofon, habe ich das Gefühl. So. Okay. 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 Naja. So, ansatzweise ist das schon, dass wir es auch haben wollten. Findet ihr nicht. Findet ihr bestimmt auch. So, zack, 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 zack. Bisschen Licht ins Dunkeln. Zack, zack. Bisschen Licht ins Dunkeln. Hier ist markiert und da ist unser Ausgang. Genau. Die ist doch schön, Schizzle-Dizzle. Den Niederkwarzen nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Niederkwarzen nehmen wir immer mit. Und ich dachte, das wäre eine seltene Ressource. Aber ist das gar nicht. Das ist ja viel verbreiteter als Kohle. So, da kann man jetzt mal durchgucken. Ist aber nicht gut, dass man da durchgucken kann. Das war eigentlich für die Gasts inzwischen, wo da schon immer sehr schießwütige Gesellene sind. War es besser so mit einem Ausguck. Jetzt ist man da schneller auch wieder vorbei. Hier noch einen Ausguck. Alles klar. Gut, also auf jeden Fall sind wir auf einer Höhe hier, die okay ist. Das würde ich mal behaupten wollen. Hier. So, wir bleiben einfach mal hinter der Wand. Und hoffen, das reicht uns, um das der Gast nicht sofort hier wieder uns wegbrasseln möchte. Jetzt kann ich hier einfach, ja, gerade mit den Händen, hier nochmal Niederkwarzen nehmen. Mann, gibt es die häufig. Ist das unglaublich. So. Hier noch einen Shrek hinstellen. So. Ähm, ein bisschen dicht machen. Ich weiß nicht, das ist ja alles so schnell zugebaut. Kann ich hier auch weiter bauen, ne? Ah, ja. Okay. Ist noch ein ganz schönes Stück weg. Von dem, wo wir eigentlich hinwollen. So, das heißt, wir müssen jetzt tiefer rein. Ah, eben, da habe ich mich mal weggedreht vom Mikro. So, das sehe ich jetzt einfach mal als Teilerfolg. Habe ich mit dir. Es wird hier auch sehr schnell. Also, das Licht strahlt nicht so weit im Meter. Das kann man auch eindeutig so festhalten. Eindeutig, zweideutig. So, dann machen wir jetzt hier wieder einen langen Gang. Ich hoffe, ich bin weit genug drin, dachte ich. Ich muss viel weiter rüber. So. Also, zehn, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun. Uiuiuiui, das ist, glaube ich, normal, ne? Das ist irgendwie, um den Thrill hier zu steigern, haben wir was drin. Das war's. Das war's. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Ich hab keinen Wassereimer dabei. Ich hab nichts dabei. Ja. Fuck. Fuck it. Und wir waren schon so weit. So. Damit ist die Folge wohl auch beendet. Ich wünsche euch noch einen schönen Dach. Und, ähm, nee, warte mal. I assure you want to quit. Title Screen. Ähm, ne. Delete. A long time. Spielen wir mal. Will be lost forever. A long time. Zack. Versprochen ist versprochen. Und, ähm, damit war's das für diese Folge. Scheiße. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. Bisto. 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 Untertitelung des ZDF, 2020